Wir beginnen mit der Nikon Akulon A30. Das A30 kann mit seiner Robustheit und hochwertigen Optik überzeugen. Es ist mit 272 Gramm angenehm leicht und misst 12,2 x 11,5 x 2,5 Zentimeter, wodurch es auch problemlos in der Jackentasche verstaut werden kann. Obwohl das Objektiv nur 25 mm groß ist, ist das Bild klar, hell und verzerrungsfrei und überrascht mit guter Lichtstärke. Preislich liegt die Nikon A30 im Einsteigerbereich. Durch den großen schwarzen Randbereich und die 10-fache Vergrößerung eignet sich das Gerät eher für unbewegte Objekte, da das Bild für sich schnell bewegende Objekte einfach zu schmal ist. Insgesamt überzeugte das Fernglas aber mit einer guten Bildleistung und einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis sowie seiner kompakten Bauweise. Besonders zu loben ist aber die gute Bedienbarkeit und die sehr schnelle und gut funktionierende Fokussierung. Das Modell von Nikon überzeugte insgesamt durch ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.